Musik 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 pour moi j'ai beaucoup appris pas dans le sens théorique mais dans le sens de sens là de ce que je sens à Es war sehr überraschend. Es gab viele Aspekte, die sehr kreativen, sehr unexpected waren. Ich habe viele Dinge, die ich nie erwartet, vis-a-vis der Idee des Void. Und viele andere, die sehr provokative waren. Die Ausbildung und die Ausbildung, die in der Nähe des Viertels, die in der Nähe des Viertels, die in der Nähe des Viertels, Ich habe den Weg, die Direktheit mit ganz wenigen Mitteln, mit sparsamen Mitteln, etwas auszudrücken, was ganz persönlich, was ganz viel mit Leben zu tun hat. Und auch gerade dieses Schlussfilm hat mich sehr berührt. Und das korrespondiert mit dem Anfang. Ganz deutlich ist geworden, dass Erinnerung und Gedenken etwas mit Liebe zu tun hat. Es ist ein für mich ganz, ganz tief berührender Aspekt der Liebe, künstlerisch mit wenigen Mitteln transportiert worden. Und das vor diesem Hintergrund, um den es thematisch geht. Und das finde ich ganz, ganz großartig in der Arbeit von Christoph Rosenberg. Es ist ein sehr schönes Werk. Und ich liebe es, dass alle, dass alle, dass alle, dass alle, dass alle, dass alle zusammenarbeiten, in eine Art von Komposition, die sehr komplexe ist. Warum hast du dieses Museum gemacht? Und warum ist es so, denn es ist nicht ein Museum wie die anderen. Wir können ja, wir sehen objekte, aber es ist nicht nur objekte. Es gibt viele Dinge spezielle, und warum? Denn es ist eine sehr unieke Geschichte. Es ist nicht nur eine Geschichte. Es ist also etwas, eine sehr spezielle Zeit, eine sehr spezielle Signifikanz. Nicht nur für das Vergangenheit, aber auch für das Zukunft. Deshalb ist es anders. In Paris gab es auf Einladung der Weltorganisation UNESCO eine weitere Aufführung. Und dann, wenn Sie eine weitere Aufführung haben. Engagez-vous dans la voie des écoles associées de l'UNESCO, c'est pour vous un portant trait à participer dans la pédagogie mondiale. Vous avez la chance d'avoir l'UNESCO aussi, donc excusez-moi, mais qu'est-ce que vous attendez? Alors, c'est obligé, c'est un moment, c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'il n'y avait pas que la manière de s'incliner devant ça qui existe pour reconnaître ce sujet. On peut travailler dessus en donnant de notre personnalité, en donnant du son, de la vitalité, de la joie. Et tout ça en étant reconnaissant quand même de ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...